Und Mackenzie macht das sehr, sehr gut, wie er den Ball klaut. Ganz froh auf McCall, Krausser. Der nächste Assist für Elon McCall mit dem Alley-Hoop-Dank. Für Krausser müsste es Assist Nummer 9 gewesen sein. Ja, weiter Neugebauer, direkt mit dem Sanking. Ja, erst zwei Punkte von Kirchheim im letzten Viertel. Ja, Mike Miller möchte noch Punkte haben. Flowers. Ja, Entschuldigung, Mike Flowers möchte noch Punkte haben. Sehr schöner, sehr schöner Move von Flowers. Hier sehen wir es nochmal im Replay. Ganz, ganz schwerer Wohl. Mit Drehung, Fadeaway und Gegner ist an ihm dran und er macht ihn trotzdem noch. Drehung, Fadeaway, Foul, Bonus. Der Nummer 6. Gegen Anderson. Wieder mit Zug zum Korb. Dieses Mal ist der Ball aber weg. Fastbreak für Düsseldorf. Über Smith, Alley-Hoop anspielt und Fleute macht den rein. Zweieinhalb Minuten sind die Gäste jetzt schon ohne Punkte. Dafür kommt Anderson wieder komplett frei zum Korb. Und stoppt. Ball ist dann wieder fast weg. Frederici unglaublich gut heute. Und Richard, was ist das denn? Für einen Dank. Den hat er das ganze Jahr noch nicht ausgepackt. Die aktuell den deutlich besseren Eindruck hier im Spielgeschehen machen. Sympathien auch hegt. Man hat da ja auch schon gemeinsame Aktionen gehabt, wo man sich gegenseitig unterstützt hat. Graves lässt ihn fliegen. Oh! Bang, bada, bang! Marcus Grace, willkommen zurück! Yo! Mike Zirbis! Anthony. Kein Foul von Meijer, der verteidigt das sehr, sehr gut. Und Luis Ficker mit dem Slam! Jake Forrester! Stark gemacht, das ist, wie vorhin schon. Ball ist bei den Dragons noch mal Anthony. Und noch mal geht der nicht. Und dann ist es der One von Jordan Rathaut. Was macht der heute nur für ein Spiel? Ja, hinten. Hatte gedacht, die machen das schon ohne jedes Mal. Der hat sich mitgelaufen. Starker Lea von hinten. Up and under in der Luft. Da hatte offensichtlich den Block noch im Kopf, den Herrera schon gesetzt hat am Anfang. Und Radojic mit diesem Running Shot. Müsste zählen, oder? Der zählt. Definitiv. Also wenn der nicht zählt, dann... Ja, Anzeigetafel zeigt's an. Refs gibt's doch keinen Einspruch. Wenn der nicht zählt, dann zeigen wir keine Werbung mehr im Stream. Ja. Geworfen hat er ja schon einige. Aber er trifft 2, 3, 3 und dann bist du ratzfatz neun Punkte. Drei, schluchte drei. Genau, zack. Erledigt. Und das kurz... Also zehn Punkte. Genau. Aber überwollens gar nicht herreden. Nein. Trotzdem sehr ärgerlich. Ja. Wieder Schwierigkeiten, den Ball zu bewegen. Oh, das ist aber faul. Ja. Ja, stark von Hornsby und jetzt Shepard. Schüttfehler. Aber wird natürlich laufen gelassen. Cosmo Grün, jetzt versuchen die hier bessere Ballbewegung. Günther, auf Bounce. Aber das sind schwierige Würfe. Und er geht rein. Und... Sonntagsschuss. Für den Birthday Boy. Hat er einen Schlag auf den Kopf. Hat er eine ganz schöne Breitseite auf den Kopf gekriegt. Wir sehen's grad nochmal. Gar nicht. Bruno Virchix. Virchix. Attackiert. Und ein Paul. Von Graham. Was für ein Monsterblock gerade. Ajay. Step back. Und der Block. Und der nächste Monsterblock von James Graham. Ja. Füller, gute Defens. Und Füller klaut den Ball wie ein Aufbauspieler. Da kommt Cosmo. Und eine Alley-oop. Ah, das hat... Ohohohohoho. Koppel. Koppel. Für drei. Mann. Heute nicht sein Wurftag. Rebound. Und der Ball geht schnell. Und der Block von Copland. Bruno Virchix. Und der kam von hinten noch. Replay. Replay bitte. Aber hier, guck mal. Jetzt da... Copland war zuerst dran. Und da kommt Virchix. allein muss langsam abschließen nächster stil das gibt es go und er ist natürlich drin schön aufgepasst hier